Oh ne, die Kamera geht nicht heute, die Kamera geht nicht. Günther für drei, Günther für drei! Peer Günther für drei. Da ist er, der Moment. Der tausendste Assist von Peer Günther. Eine Szene für die Geschichtsbücher. Ein Typ, der sich vor dir liebt, dich riecht. Und er hat es auch auf der Karte gemacht. Das Wichtigste wahrscheinlich in dieser Phase. Peer Günther zündet den Turbo. Die Ulmer mit Günther, Günther der Antreiber in dieser Phase. Ja, Peer Günther war gerade als junger Typ immer wild unterwegs, wie er sagen würde. Neunstmorgen bin ich aufgewacht. Und dann hab ich so bei mir gedacht. Scheiße, ey. Wieso habe ich überhaupt zugestimmt, hier hinzukommen? Peer, wie fit bist du? Äh, fit wie ein Turnschuh, wie man so schön sagt. Du möchtest nicht nur zusammen sein. Ich tanze jetzt einfach nur hier vor euch zu einem Beat oder was. Ohne Ball. Das ist halt echt schade. Mario Barth oder Bülent Ceylan? Äh, ähm, Bülent Ceylan. War ich gut? Wo ist jetzt mein Geld? Wie ist mein Geld? Hä? Das ist aber nicht genug. Ja, es ist okay, es ist okay, Mann. Es ist okay, Brüte. Well, back in his younger days, he was really, really fast. You know, he's really quick and used to, you know, just blow by guys and really just make it easy for me. Und jetzt hat sich das Blatt eben nochmal gedreht. Und jetzt versucht Peer Günther. Und nun brennt er plötzlich lichterlos. Der alte Peer, plötzlich ist er wieder da. Ich wünsche, jeder von uns wäre so cool wie Peer Günther, aber der ist nun mal einzigartig. weil ich mitками. Ich bin契. Ich beide. Untertitelung des ZDF, 2020